Hey, wo ist dieser Peck? Ich bin Walter Peck, Sir, und ich bin bereit, deinen vollen Bericht abzugeben. Diese Männer hier sind vollendete Schaumschläger und Scharlatane. Sie verwenden Sinn und Nervengase, um Halluzinationen zu erzeugen. So glauben die Menschen, dass sie Gespenster sehen. Und so rufen sie diese albernen Clowns, die dann auch sehr gelegen aufkreuzen, um das Problem mittels einer falschen elektronischen Lichtschau zu beseitigen. Alles war okay mit unserem System. So lange, bis das Energienetz ausgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da. Sie lösten eine Explosion aus. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Gott, dieser Mann da hat keinen Schwanz. Jetzt weh, nicht, aber... Halt, 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 halt! Das geht doch nicht, das ist doch nicht...